hey und willkommen hier zurück auf meinem kanal heute wieder hier in war thunder wieder hier mit den franzosen diesmal also wie gestern schon aber mehr höheres bia das höchste dass ich eigentlich bei den franzosen habe er ist sicher geil zu spielen also ich hoffe dass ich den bald erforschen genauso wie den ja diesmal mit dem amx 50 t0 a100 100 millimeter kanone mit auto oder wie es so ziemlich fast alle dann schon auf dem jahr oder zumindest viele mit ap rounds die zwar also das heißt kein sprengstoff aber dafür ziemlich viel durchschlagskraft und wenn wenn man durchkommt macht man trotzdem noch genug schaden eigentlich dahinter kann man sagen ja der amx 50 ist eigentlich ja recht gut gepanzert 150 millimeter geht eigentlich hätte gedacht weniger aber ja hält auf dem jahr nicht viel aus also ja kann man eigentlich recht vergessen kann man sagen und der seite ja brauche ich ja nicht reden 40 millimeter oben 20 mit dass auch die top panzung ist kacke eigentlich muss man sagen ist nicht gut auf dem jahr aber ist dafür nicht langsam das ist der einzige wirklich vorteil mit dem der lorraine 40 t ja bisschen customer ist von mir ja ist eigentlich so ziemlich der leichtere und schnellere ruder vom amx 50 10 100 also die abgespeckte variante die aber dafür nichts außer dass er überhaupt gar nichts oft nicht mal eine zsu zum beispiel kommt locker durch die 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 ich mein egal dort heißt die wc 305 der siebel dadurch also da gibt es keine bahnen wenn man den spielt der kommt überall durch auch hier ja top panzer und lustigerweise genau gleich wie die vom amx 50 also genauso schlecht die seiten panzer ist sogar noch schlechter sehe ich gerade also zehn millimeter noch weniger ja aber dafür das ist wirklich der vorteil ist um einiges schneller noch also beschleunigt schneller und ist schneller ja gleiche kanone muss man auch sagen mit gleicher nachleihzeit weil naja auto oder aber das dumme natürlich bei auto oder das klingt ja so schön und so aber wenn der mal leer ist dann hockt man da und kann erstmal irgendwie so ja für eine round glaube ich 15 sekunden würde ich jetzt mal schätzen 15 bis 20 sekunden warten bis die eine round nachgeladen ist und dann wieder in dieser trommel drinnen ist beziehungsweise glaube ich geladen wird automatisch und dann das kann man die ganze zeit noch weiter warten bis endlich diese gesamte trommel voll ist ja das heißt wenn man so im spiel ist und gerade in einen fight reinkommen ist hat nur noch die sieben rounds also alle schön und gut wo ich glaube acht da sieben und einem bridge also acht nur das dumme ist wenn man dann aus also wenn die munition aus ist in dem auto oder dann ist man schutzlos aber komplett da kommt halt die schnelligkeit von dem wieder ins spiel weil dann sollte man sich so schnell wie möglich verschüssen ja da habe ich noch die bar genommen werde ich ja nicht viel zu sagen vielleicht in einem anderen wieder mal spielen oder so über den der sind ich ziemlich lustig zu spielen aber es geht hauptsächlich um den und auch um den hätte ich mal gesagt genug gelabert starten wir in der runde da sind wir heute mal eine schneemap vielleicht fällt das ich weiß nicht ob es das flugunterschied gibt ich habe nämlich die helligkeit von meinem von meinem monitor jetzt ein bisschen hoch gestellt weil die aus irgendeinem grund nicht auf 100 prozent sondern nur 80 darum habe ich jetzt mal ein bisschen hochgeschraubt vielleicht ist es jetzt von den farben vielleicht auch ein bisschen besser ja einfach heller weil ich soweit ich weiß ist der youtube was die helligkeit betrifft immer viel dünkler wo kacke dass ich schon die ersten fallen fahrt schnell weg also vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser ja ich habe jetzt diesmal auch wieder eu server ausgewählt also eben was auf meiner region zutrifft denn ich hatte nämlich die us server eingestellt denn am abend wenn man also wenn bei uns hier in europa nein macht der schaden junge 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 aber zum glück nur einen ausgeschalten da 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 neben euch man er geht doch sollte ich eigentlich sogar plus punkte dafür bekommen dass ich den gespottet habe der hilft mir nicht genau man sieht kurz da der zweite balken dieser ladebalken darf sozusagen dankeschön der zweite ladebalken da ist meine munition die gerade reingeladen wird noch in den autolader und das dort jahre darum ja wo war ich genau us server spiele ich jetzt gerade nicht mehr denn normalerweise spiele ich am abend und da sind soweit ich weiß also am amt bei denen früh sowas also wenn bei uns abend ist sollte bei denen so ungefähr früh sein oder so drum und in der früh sind dort also es ist überall also nicht nur in den usa überall so in der früh sind meistens das ist noch ein pmp der kann roter schießen der kann roter schießen spotten mal in der früh sind meistens nicht solche schwitzer unterwegs wie am abend und ich hatte nämlich noch die us server eingestellt und habe in der früh gespielt ja lange rede kurzer sinn keine gute idee denn ich würde komplett auseinander genommen da ist noch ein t 114 auch noch kack premium schaut euch das an schaut euch das an voller büsche alles zugekleistert damit der wahrscheinlich für das gesamte set was ihr gerade gesehen habt glaube ich sicher mindestens 50 euro ausgegeben denke ich jetzt mal oder 40 30 40 50 euro sowas schrecklich will ich die witte darunter wahrscheinlich nicht denke ich mal ja und ich habe nämlich schon in der früh spielen wollen also eine ein video aufnehmen wollen aber guter komplett zerlegt denn ja welche außer wir uns dadurch ja ist dort nachts sozusagen oder abends und da sind wirklich alle schwitzer unterwegs wo ich vollkommen zerlegt darum habe ich jetzt wieder die user was gewählt spiel ich wenigstens nicht mit den hardcore schwitzern dreck sollte wir schauen wo ich hinfahre der marder räumt eigentlich gut auf er hat lange überlebt drei gegner oder zwei zumindest haben wir gerade meine kette schon ein bisschen kaputt gemacht da ist noch einer im ernst jeder büsche mann jeder jeder gibt geld für dieses spiel so viel geld für dieses spiel aus und es wäre nicht gerade egal weil ich bin grad voll nach rechts rüber gezogen und hab halt nicht die front zu ihm so zeigen lassen wie man es eigentlich normal bei einem panzer hat aber es hat keinen sinn mit dem panzer mit dem lorraine weil ich habe auf der seite kann man sagen genauso viel wie sonst da vorne das ist komplett der drecks egal sieht und jetzt ist er schon kaputt er tötet mich und in der nächsten sekunde stirbt die sowieso das passiert mir schon die ganze zeit den hat den flügel zerrissen kann ich da was anrichten ich glaube nicht oder ich könnte mich da drauf stellen was will ich das ich fahr da runter dass ich bis sie näher zum geschehen kommen der zum beispiel jetzt keinen autoloader also so einen kleinen nebenfakt hat doch warte 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 er hat 6,7 sekunden nachladezeit ist das ich jetzt nicht ehrlich gesagt hat eine trommel nämlich unter dem verschluss man sieht sie eh hier eine fette trommel mit noch mehr rounds als die normalen autolader aber nicht die nachladezeit wie alle anderen keine ahnung ob das jetzt ein autoloader ist oder nicht müsste ich dann noch schauen kann man jetzt leider nicht machen glaube ich zumindest will ich mir nicht die finger verrenken weil ich gleichzeitig O und Alt drücken müsste und dann noch mit der Maus herumfahren aber ich glaube das funktioniert so oder so nicht die chinesische Flagge da ich glaube dass mindestens einer noch zu C fahren wird davon bin ich überzeugt kann ich so weit nach unten schauen ja würde sich ausgehen aber es sind halt milliarden an bäumen im weg kack natur wirklich ja schön umfahren die kinder von den bäumen au ok es ist so ein arsch oder ne ich hätte schon gedacht ich hätte gedacht dass es so ein typ ist der mich jetzt einfach nach vorne pusht und mich als bait nimmt gegen andere gibt es auch ist mir schon vorgekommen also das gibt es ha ha entschuldige ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin das 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 yeah Aber dafür habe ich im vorigen Video, also das, was ich gestern hochgeladen habe... Du bist gefährlich, weil ich habe Probleme durch dich durchzukommen. Oh no! Junge, Junge! Alter, hat sie zerrissen! Schon noch gespottet davor. Ah, ich sehe durch den Effekt nichts. Vielleicht sterbe ich jetzt noch? Mir egal, ich fahre jetzt noch da rein. Geht niemand hier. Schaut ziemlich lonely aus da alles. Ja, das wars. Ja, na ja, Platz 10. Nicht so gut. Wisst ihr was? Ich hänge es einfach noch eine Runde dran. Am 7 zuerst noch etwas trinken, immer hydriert bleiben. Überhaupt jetzt, wo er schon wieder verdammt schön draußen ist. Also, bei mir scheint grad die Sonne rein als, keine Ahnung was, als wäre eine Atombombe oder eigentlich das Atomkraftwerk in der Nähe von mir, explodiert sozusagen. Ist das der neue Squadron-Panzer, der ZDZ? Oder ist das ein anderer? So, jetzt dich mal in Japan. Ich hoffe mal, dass das jetzt mal eine bessere Runde, dass das endlich mal mehr Kills bringt, die Runde. Boah, ist das dunkel hier. Haha, switching Moskito herum. Also, keine Ahnung, was ist das? Eine Drohne, glaube ich. Schaut aus mit Vogel. Ist das eine Drohne? Ja, oder? Was ist das in seinem Boomerang? Nein, ok, das ist eine Drohne. Sollte ich lieber nicht die Drohnen anschauen und lieber da hinschauen, weil irgendwas wird da schon herumgefetzt. Bitte ignoriert mich kurz. Gegner, bitte. Danke. Ah, da fliegen schon die Raketen. Boah, kak. UDES. U, 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 S, R. Ich hasse die wirklich. Was ist das für... Jo, richtig geile Sachen. Ich hasse diese UDES, also die schwedischen Raketenpanzer da. Einfach nur klein, also so wie dieses Sonderkraftfahrzeug mit dem... Wow. hallo das gibt es wirklich nur in warfander der moment wenn irgendein typ und ist sogar jetzt gestorben wenn irgendein typ hinter einem stein steht und seinen raketen links drüber lagen lässt und jemand und einen kill ohne dass man es überhaupt sieht ja es ist ein abtier auch noch dazu wieso wieso immer ich ich muss echt mal was anderes auch wieder spielen irgendwas keine ahnung vielleicht story lastigeres oder irgendwie sowas wo man nicht so hart ein schwitzen muss nur damit leben kann überhaupt in dem game da war ich mit betonung offen war es geht mir halt auch immer darum ich will nicht nur herum kämpfen klar könnte ich jetzt einfach nur stehen bleiben wo und warten bis zwei gegner im gesamten spiel einmal um die ecke kommen die ich die gehen kann will ich aber nicht was einfach langweilig ist für ein video von meiner meinung nach und dann sieht man hat sowas dieser wma fetter radpanzer fährt irgendwo mitten herum und wird komplett ignoriert kein gegner schießt auf ihn der fährt fröhlich herum lässt sich von nichts beeinflussen und ich wette ich wette jetzt gleich kommt wieder irgendwas um die ecke und dafür das doch keine gegner Dann was sind die alle blablabla mit ein bisschen hoppla die sporche folge war schon ich liebe spon Aber das war wirklich noch Kindheit, wo die Folgen auch noch besser waren, nicht wie jetzt. Obwohl es angeblich jetzt schon wieder besser sein soll, da der frühere, so Director wie auch immer, der das halt Schreiber, nein, Illustrator, irgendwie sowas, jetzt wieder zurück ist und das alles wieder besser macht gerade. Ha, mein Kill. Oh. Wo? Hallo? Ist da wer? Was? Es kam eindeutig von vorne. Eindeutig. Also sicher fühle ich mich gerade nicht. Ah, bist du? Er hat noch Spawn Protection. Jetzt nicht mehr. BAM! Aber vor mir ist irgendwas noch, irgendwas hochkalibriert. Du hörst dich an wie ein Helikopter, mein Freund. Junge. Hier sind wir! Ich hätte gedacht, er fliegt jetzt aus irgendwas neben mir herum. Wo ist der? Da war doch was oder wurde er gekillt? Könnte ich zwar jetzt nicht glauben, weil... gesehen hätte ich nichts. Hm. Wie zahle. Punkt B? Punkt B? Punkt C wird eingenommen. Das Ding ist halt... Naja, fahren wir zu. Ich fahr zu Punkt C. Mein gesamtes Team jetzt... Punkt B wird doch eingenommen. Oder wird gerade eingenommen. Weil... Mein gesamtes Team steht beim... Gegner Spawn und... Ja. Keinen Sinn darin jetzt auch zu stehen. Ja, der hat jetzt auch schon gerochen, der VMA. Na, wo ist der? Ah, hier. Ganna. Boah, das war... Nicht schlechter Schuss. Ja, finish ihn. Wird auch jetzt machen. Und er hat das Holz getroffen. Du wirst sterben, mein Freund. Oder? Ja, der PT. Ich glaub irgendwas... Irgendein PT ist das. Nein, ja. Objekt 906. Ist wie ein PT eigentlich. Der hat es ihn nicht leicht gemacht. Boah, das war knapp. Das war so knapp. Der hätte mich so durchlöchert, der Typ. Wo, 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 wo. Nein. 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 Wieso, Arti? Die trifft mich auf die Kette und ich bin One-Hit-tot. Naja, auf zu Punkt C. DOKA, 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 DOKA. Also von der Weite sehe ich mal nichts bei Punkt C. Irgendwelche Raketen fliegen gerade nur wieder herum. Ui. Ja, nie T1. Hm, nicht gut. Der hat nämlich sehr viel Panzer rum. Irgendwie ist der auch nicht schnell. Ist das leichter Panzer gekennzeichnet? Ist er wohl wirklich lahmarschig, aber hart. Da reißt sich kein Mh mehr, kriegt man mit ihm nicht zusammen. Da wird doch keiner mehr sein, oder? Der Punkt wird schon vor, glaube ich, 10 oder 5 Minuten, würde ich mal sagen. 2 Minuten, sagen wir 2. 2 Minuten wurde er eingenommen. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch wer ist. Das Game ist auch gleich vorüber. Vielleicht schaffe ich es noch, bitte. Weil mit der Geschwindigkeit, mit der ich gerade fahre, ist das wirklich traurig. Komm, bitte, das schaffe ich halt wirklich nicht mehr. Nein, nein, komm, 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 komm. Gib Gas. Ja, es geht sich wirklich nicht mehr aus. Aber Punkt 2, wenigstens ein paar Kills. Immerhin. Immerhin. Ja, dann würde ich sagen, das wird es endlich mal eigentlich eine recht angenehmere Runde als die anderen davor. Ja. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Also morgen. Lasst ein Abo, Like, was auch immer da. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und habt einen schönen Tag. Ciao.